Hallo, ich bin Gerd. Ich sitze jetzt immer allein beim Frühstück, weil meine Frau vor kurzem gestorben ist. Sie hat unsere Kontakte gepflegt. Ich kann das gar nicht so gut. Dabei gehe ich doch gern mal in den Baumarkt. Aber alles alleine machen, ich fühle mich richtig schlecht. Hallo, ich bin Otto, der Busfahrer, hier auf Linie 5. Schade, dass die Busfahrten am späten Vormittag immer so schlecht genutzt werden. Was könnte man da nur machen? Bus verbindet. Fahren Sie kostenfrei mit und lernen Sie Menschen kennen. 10 Uhr auf der Linie 5. Ein Angebot Ihrer Verkehrsbetriebe. Das hört sich ja ganz nett an. Ich fahre da mal mit. Man soll nach dem grünen Schirmausschau halten. Guten Morgen, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin Ihr Schirmherr. Heute fahren wir raus ins Grüne und gehen zusammen ein paar Meter, bevor wir später wieder zurückfahren. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal mitgefahren. War im grünen Spazieren, im Baumarkt und im Café. Meistens fährt Paul mit. Er ist auch Bastler. Wir haben uns richtig viel zu erzählen. Mir geht es schon viel besser. Ich lerne neue und auch junge Menschen kennen. Ein tolles Angebot unserer Verkehrsbetriebe. Bus verbindet. ... ... ... ... Vielen Dank.